Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Wir haben in der letzten Folge hier das Autobahnkreuz gebaut. Was sich schon wieder sehr gut funktioniert und wie es ausschaut. Weil die es nicht schaffen schnell genug darüber zu wechseln. Man hört die ganze Zeit mittlerweile Flugzeuge fliegen. Weil natürlich der Verkehr hier dementsprechend groß ist. Wir haben hier im Endeffekt einen sehr geschäftigen Flughafen mittlerweile gebaut. Da bin ich echt stolz drauf, dass das so gut funktioniert. Das ist halt auch wieder so systematisch genial. Was mich aber mittlerweile stört ist das Stück hier. Wir müssten hier eigentlich das auch zu einer Autobahnauffahrt machen. Oder hier irgendwo denen nochmal eine Auffahrtsmöglichkeit geben. Meilenstein ist der nächste bei... Da könnten wir den nächsten Punkt frei schalten, ne? Rein theoretisch. Ich bin nämlich beim Überlegen, wie wir das am schlauesten machen. Ich würde ja am liebsten hier sozusagen irgendwie unterirdisch anschließen, dass die hier halt wegkommen. Weil die wollen ja eh alle da raus. Was ist, wenn wir sagen, in dem Tunnel gibt es eine Abfahrt, die hier drin irgendwo mündet. Oder da hinten in der Ecke mündet. Es gibt doch eh diese zweispurigen Autobahnen, ne? Hier, die gibt es ja zum Beispiel. Four Lane National Highway. Wenn wir den hier ansetzen... Es wird da unten mittlerweile ein unterirdisches Gewirr wahr. So, den setzen wir jetzt mal hier unten dran. So. So, und jetzt so nach drüben. Das ist die Sache. Jetzt muss da drüben sozusagen... Jetzt müssen wir einmal... Da unten durch... Ach du Scheiße. Ich habe das ja so eng geplatziert auch noch. Oh Gott. Also einmal muss da einer hin. Und da muss einer raus. Kann ich das nicht irgendwie so machen, dass das easy geht? Ich probiere es mal. Hauptsache, da fährt schon was. Guck mal, ich habe es sogar so hoch platziert. Dass das oben so rüber geht, volle Wäsche. Ähm. Dafür funktioniert es hier wieder nicht. Ah. Tiefer, 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 tiefer. Zu steil. Aber jetzt sollte ich so eine Ausholspur machen können, die sich dann hier so verbindet. Ne? Perfekt. Und dann... Das ist ja natürlich eine Scheißsituation, wenn das Gefälle so schnell ist, ne? Hä? Ich hatte ja gerade eine Stelle. Vielleicht wieder verloren. Da war sie wieder da. Das ist meine Auffahrt. Mensch. Ich will die. Gefälle zu starten. Ach, die Ebeni. Dann gehen wir auch bis hier hinter. Jetzt kann ich das eh wahrscheinlich nochmal umändern, ne? So. Mir ist scheißegal, wie das unterirdisch ausschaut. So. Und dich hier so ein bisschen ausbauen. Perfekt. Moment mal, die ist falsch herum. Scheiße. Soll jetzt Abfahrt sein. So. Jetzt ergibt's Sinn. Und jetzt sollte sich ja der Verkehr rein... Oh, jetzt ist die eine Ampel gebaut worden. Ja, super. Dann sagen wir den jetzt ganz easy, einfach auch. Einer geht hier hin. Der andere geht hier hin. Und so. Und so. Dann dürfte das ja nicht so schwer sein. Und der Verkehr sollte flüssig fließen können, oder? Schaut gut aus. Alter, das ist ein Verkehrschaos. Alter, was habe ich hier angestellt? Ach du Himmel, Hilfe. Vor allem, es geht hier wirklich übereinander. Da die U-Bahn, äh, Autobahn unterirdisch, Züge, S-Bahn. Ähm, Chaos einfach, würde ich sowas nennen. Aber dadurch sollte sich jetzt der ganze Stau auflösen. Und das ist eigentlich das Hauptziel. Wir müssen schauen, dass der Stau fast auf Null kommt. Und wenn wir den ganzen Verkehr schaffen abzuziehen. Und durch diese Autobahnableitung irgendwo anders hin zu schicken. Haben wir viel gewonnen. Andere Frage, wie schaut's hier aus? Dementsprechend können wir die auch mal ausbauen, ne? Dann ist die Ausfahrung auch größer. Weil hier staut sich's. Ich weiß es nicht, ist das eine Vierspur oder eine Schweißpur, was da drunter ist? Das lässt sich ja schnell herausfinden, indem wir... unseren Linienmanager nehmen. Ach du Himmel, Hilfe. Wie soll ich denn erkennen, wo ich bin, gerade? Das ist eine Dreispur, so. Liebe Dreispur. So geht das nicht. So. Das ist kompliziert. So. Wenn sie nur leichte Wechsel machen, ist das ja okay. Aber dann kann ich rein theoretisch die da unten auch so eine Zweispur delegieren. Dann hat sich das Ding ja eh erledigt, oder? So. So. Müssen wir bloß den Stau hier verhindern, sozusagen. Weil der Stau, äh, kommt schon. Ich seh's schon. Ich seh's schon, Komma. Wir haben Stau hier. Dann bauen wir dich zur Vierspur aus. Jetzt muss ich halt überlegen, wie viel Spuren verbrauchen wir insgesund hier mittlerweile. Gottes Willen, ist das ein komplizierter... Das ist... Du schaust dir die Straßennamen. Überall Straßennamen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, gleich. Jetzt wird erst einmal der Tunnel wieder weiterbaut. Warum wollt ihr eigentlich unbedingt dahin, wo der Restshow ist? So. Und jetzt kann das ganz simpel hoffentlich fließen. Weil wir staunen. Das ist jetzt nicht gut, wenn's hier gestaut ist. Weil wir haben ja noch ein bisschen Verkehr. Da drüben baut er sich ja mittlerweile schon volle Wäsche ab. Aber da ist er halt noch vorhanden. Ich glaub, der wird auch hier nicht wirklich weniger. Weil jetzt staut sich's halt da. Aber da kann ich dagegen wirken, indem ich... Ja, jetzt muss ich wieder in die Oberfläche gehen, damit das funktioniert, oder was? Nee, ich muss Tunnel ausschalten. Ich zieh das nach vorne einfach. Entferne den hier ein bisschen. Mach das Kreuz sozusagen größer. Und gibt somit dem hier auch mehr Space. Und sollte jetzt das Ganze ausbauen können. Hat auf jeden Fall so den Anschein gemacht, dass das funktioniert. Ich glaub, ich glaub, es geht besser, wenn wir's so gestalten. Ja, dann darf ich's ändern. Ah, schön. Jetzt gehen wir wieder hier rein. Ändern dich wieder zurück. Dementsprechend. Und dann dürfte sich das Problem doch einigermaßen gelöst haben, oder? Hoffe ich, vermute ich, denke ich, meine ich. Bin ich sehr am Zweifeln mittlerweile. Aber es ist kein Staum mehr da. Wie schaut das im Tunnel aus? Will ich's wissen? Heiliger Bim Bam. Und das macht einen Staub bis hier ganz hinter. Und der wird immer größer wahrscheinlich. Ich versuch mal das hier zu einer der größten Autobahnen, die wir jetzt... Wie groß kann man so eine doppelspurige Autobahn bitte bauen? Die geht nur zweispurig. Oh, shit. Also zu viel Anbindungen, auch Blödsinn. Aber jetzt fließt's wieder. Jetzt fließt's. Jetzt kann der Stau sich dann wieder auflösen. Hier in der Mitte sind halt immer das Problem, die wirklich rüber wollen. Weil dann staut's sich's wieder. Und mittlerweile vor die Ausfahrt. Blöde Frage. Warum mach ich's nicht einfach so? Jetzt haben wir uns da viel Mühe dabei gegeben. Aber ich mag's einfach mal mal probieren. Wir können ja eh den Tunnel bis erst mal halten lassen. Aber, warte mal. Ich geh mal schnell in den Untergrund und tue mal den ersten Stück. Der erste Stück hier bitte. Wir haben hier auch eine Autobahn. Was ist, wenn wir diese Autobahn einfach dementsprechend drehen? So. Und hier anbinden. Also auch wieder hier. Oberflächig. Nein, das war jetzt die falsche Autobahn. Wo sind jetzt die richtigen wieder? Da ist er. Anschließen. Und dann die Zweispur auf der einen Seite. Hier dann auf der anderen Seite. Hier dran. So. Das dürfte doch jetzt relativ easy werden, oder? Jetzt gehen wir denen hier noch die Instructions nur grad ausfahren. Jetzt sind wir euch noch näher zusammen. Hat sich das Ganze doch schon gegessen. Und jetzt lass mich raten. Hier ist wieder eine Ampel. Komm. Ja. Und jetzt muss ich natürlich... Oh, die Linien sind natürlich auch wieder weg. Mein ganz schönes Linienverhauter. Da ist wieder weggemacht. So. Weil da kommen sie direkt auf die Autobahn drauf. Weil notfalls... Also wenn es jetzt nicht funktioniert, können wir genauso das andere Teil wieder anschließen. Das ist ja auch nicht das große Problem. Jetzt kommt da halt direkt wieder da ein Stau daher. Warum kommt da schon wieder ein Stau daher? Ihr kommt doch eh auf beiden Spuren daher. Ey, teilweise denke ich mir echt, die sind idiotisch. Die sind idiotisch. Das ist eine KI. Was willst du anderes erwarten von denen? Aber... Ey. Die Autobahn wird grad gefahren. Und ihr könnt doch eh am Ende entscheiden, wo ihr hinwollt. Was vielleicht genau die gleich scheiße blöde Idee war. Aber hey. Ey. Ey. Jetzt läuft's. Perfekt. So wollen wir es. Aber Freunde, das war's für diese Folge. Ich hab euch gefallen. Wenn ihr ja lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. 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 . Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.